Berühmte Pädagogen. Heute Jean Piaget, der Psychologe. Jean Piaget wurde 1896 in Neuenburg in der Schweiz geboren. An der dortigen Universität promovierte er in Zoologie, wandte sich später jedoch in Zürich dem Studium der Kinderpsychologie und Pädagogik zu. 1921 kam er als Leiter des Instituts Jean-Jacques Rousseau nach Genf, dessen Führung er bis zu seinem Tod inne hatte. In seinen Studien befasste sich der Schweizer insbesondere mit der Erforschung der Intelligenzentwicklung. Seine Konzepte und Theorien gehören auch heute noch zum Grundvokabular von Lern- und Kognitionspsychologen und Erziehern. Na schön, schauen wir uns also einige seiner Theorien genauer an. Im Grunde lassen diese sich auf einen ganz einfachen Satz reduzieren. Nach Jean Piaget strebt ein Individuum nach einem Gleichgewicht zwischen Assimilation und Akkumulation. Durch das Assimilieren und Akkommodieren nutzt ein Individuum seine Schemata oder erweitert diese. Ganz einfach, oder? Naja, bis auf die ganzen Fachwörter. Wie wär's also mit einer genaueren Erklärung? Das Schema. Stellt euch Schemata wie eine Art Karteikartensystem vor, auf das ihr immer wieder zugreift, um eine Handlung zu meistern. In etwa, als ob ihr eine Schablone benutzt, um etwas bestimmtes zu zeichnen. Ein Beispiel. Ihr habt Hunger und wollt einen Keks, also ein Gebäck. Ihr wisst, so einen Keks kann man nicht biegen, weil er nämlich sonst krümeln würde. Und das würde Stress mit Mami und Papi verursachen. Ihr beißt also vorsichtig hinein. Umgekehrt wisst ihr, dass man ein Brot für gewöhnlich biegen kann. Es krümelt nicht. Also könnt ihr die Beißerchen auch richtig hineinschlagen, ohne dass Mami und Papi meckern würden. Voila, das ist euer Schema. Ohne solche Schemata müssten wir uns unsere Handlungen immer wieder neu erschließen, bewerten und einordnen, was ziemlich mühselig wäre. Nun zur Assimilation. Wem bei diesem Wort das Volk der Borg aus Star Trek in Erinnerung kommt, liegt gar nicht so falsch. Kurz gesagt bedeutet Assimilation nichts anderes als die Bewältigung einer neuen Erfahrung mit Hilfe eines bekannten Schemas. Wenn nötig, wird dieses Schema der neuen Gegebenheit angepasst. Hier ein Beispiel. Ein Kind, nennen wir es Emil, ist einige Apfelstücke. Emil weiß, dass er das Apfelstück zum Mund führen, den Mund öffnen und dann davon abbeißen muss, um satt zu werden. Gibt man Emil nun ein paar Birnenstücke, die er zuvor noch nie probiert hat, kommt es zur Assimilation und Emil wird die gleichen Schritte ausführen wie bei dem Apfel. Er hat die neue Erfahrung in das bereits bestehende Schema eingegliedert, also assimiliert. Und das mit der Akumulation? Stellen wir uns vor, unser Emil will ein Spielzeug haben, das auf einem hohen Tisch liegt. Er ist aber zu klein, um es herunterzuholen. Nun versucht er, sein Problem zunächst mit Assimilation zu lösen. Er fängt an zu hüpfen, denn er weiß, dass er dadurch höher gelangt. Diesmal jedoch hat Emil Pech. Der Tisch ist immer noch zu hoch. Was also tun? Emil löst das Problem, indem er sich einen Stuhl zu Hilfe holt, an dem er hochklettern kann. Heureka, das Spielzeug ist in Reichweite. Kurz gesagt, Akkumulation kommt dann zum Einsatz, wenn ein Problem mit der Assimilation nicht mehr zu lösen ist. Für uns Erzieher ergibt sich aus Piagets Erkenntnissen, dass es im Alltag immer besser ist, wenn die Kinder ihre Probleme möglichst selbstständig lösen, weil sie zum einen mehr daraus lernen und zum anderen auch motivierter sind. Piaget unternahm ziemlich viele Versuche, um seine Theorien zu beweisen, die mitunter recht bekannt und bei Kindern sehr lustig zu beobachten sind. Der Pädagoge hat noch viele weitere Thesen vorgestellt. Doch ich möchte mich hier nur auf diesen Teil seiner Arbeit beschränken. Eine vollständige Betrachtung würde eine ganze Videoreihe nötig machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick war euch eine Hilfe oder hat wenigstens euer Interesse geweckt. Bis zum nächsten Mal.